Der eigene Höhepunkt der Macht ist zugleich auch der schwächste Moment der NATO, meiner Meinung nach. Die NATO befindet sich in mehreren Krisen bei dieser großen Krise. Das eine ist, sie hat einen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine. Davon spricht der ukrainische Botschafter oder auch der Generalsekretär der NATO übrigens. Das sind nicht nur meine Worte, dass das ein Stellvertreterkrieg ist. Man führt einen miserablen Wirtschaftskrieg, der katastrophale Folgen für viele Mitgliedstaaten der NATO hat, wie beispielsweise Deutschland und die Wirtschaft in Deutschland. Das sehen wir ja, dass die Sanktionen ein Boomerang sind. Und man befindet sich auch gleichzeitig in einem Anspruch, sich auszudehnen nach Asien. Man möchte gerne in den indopazifischen Raum, nicht mehr nur in den Nordatlantik. Und insofern glaube ich, wenn man jetzt auch noch sich gegenwärtig hält, dass der Ruf nach Truppenentsendungen jetzt aktuell ja besprochen wird, dass man Bodentruppen, Soldaten schicken soll in die Ukraine. Heute, gestern hat man noch nur nach Helmen gerufen oder nach Schutzwesten. Dann sehe ich da auch eine gewisse Dynamik der Eskalation. Wir stehen da vor einer sehr, sehr großen Gefahr eines direkten Zusammenstoßes der NATO mit Russland als Atommacht in der Ukraine. Deshalb müssen wir dort überlegen über Alternativen. Wie kommen wir zu mehr Sicherheit, zu mehr Frieden, als es mit einer selbst überforderten und selbst überdehnten NATO, die Welt auch an den Rand eines dritten Weltkriegs bringen kann und bringt, aus meiner Sicht. Eines dritten Weltkriegs, angetrieben von der NATO? Na, wir sehen ja, dass es eine große Gefahr gibt in der Ukraine beispielsweise. Und die Diskussion zur Entsendung von NATO-Truppen ist ja nicht eine Diskussion, die ich angestoßen habe, sondern dass es NATO-Staaten gibt, die darüber offen diskutieren. Und es gibt ja auch schon NATO-Soldaten in der Ukraine, auch mehr zu versenden. Zweitens beispielsweise die ganze Diskussion um Marschflugkörper, die Großstädte in Russland treffen können. Oder auch die Rufe von CDU-Politikern, man soll Ministerien in Moskau beschießen können. Das ist natürlich gefährlich. Das bringt uns an den Rand eines dritten Weltkrieges. Nicht gefallen, aber ich würde Sie gerne fragen, Sie tun so, als würde die NATO in der Ukraine für den dritten Weltkrieg sorgen. Tun Sie da nicht gerade ein bisschen den Aggressor verwechseln mit denjenigen? Also, Herr Vorbach, also das habe ich nicht gesagt. Ich sage Folgendes. Es gibt einen Angriff, eine Invasion, ein Völkerrechtsverkehr, den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, ja. Aber wir haben mittlerweile auch, das sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Nämlich Russland versus NATO oder NATO versus Russland, können Sie sagen. Und zwar wie, in welcher Form, durch massive Waffenlieferungen, durch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an westlichen Waffensystemen, durch Geheimdienstinformationen zur Zielerfassung beispielsweise, Überwachungsdaten. Wir haben die Ausbildung sogar auf NATO-Boden und wir haben sogar Soldaten aus NATO-Staaten in der Ukraine. Das ist ja öffentlich geworden, hat ja keiner dementiert und es wird auch darüber diskutiert. Tatsächlich NATO-Soldaten mehr, vermehrt, baltische Staaten, Franzosen diskutieren, das dahin zu schicken. Und ich sage Ihnen eins, auch die Diskussion um weitreichende Marschflugkörper wie Taurus, die 500 Kilometer Reichweite haben und natürlich Moskau und St. Petersburg treffen können. Das ist eine Dynamik der Eskalation und wohin soll das führen, wenn man das so weiter spinnt gegen die größte Atommacht der Welt? Natürlich geht das dann in Richtung Dritter Weltkrieg. Wir haben uns jetzt nur über die Ukraine unterhalten, Sie haben ja generell über die NATO gesprochen. Was ist da Ihre Vision, Ihre Forderung? Sollte Deutschland raus aus der NATO? Also ich glaube, dass wir über Alternativen erstmal diskutieren müssen. Es ist ja so, dass immer mehr Menschen auch in Deutschland beispielsweise den Kern der NATO, nämlich den Artikel 5 des NATO-Vertrages, die Beistandspflicht, die Bündnisverpflichtung nicht mehr unterstützen. Es gab Ende 2023 von dem Institut Allensbach eine Studie im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo die Mehrheit in Deutschland gesagt hat, sie wollen nicht für einen anderen Staat in eine Bündnisverteidigung gehen. Das heißt, der Kern der NATO wird von der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr getragen. Und es ist auch so, dass es nicht zu mehr Sicherheit geführt hat. Wir haben ja einen Krieg in Europa, der vermeidbar gewesen wäre. Ich meine, wir haben auch 70 Jahre Frieden in Europa. Das stimmt ja gar nicht. Vor 25 Jahren gab es in Europa einen Angriffskrieg der NATO in Jugoslawien. Vor 25 Jahren. Ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrates hat die NATO dort gebombt. Und das hat auch der ehemalige sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder ja auch offen gesagt und erklärt, ja, wir hatten kein Mandat der UNO. Also das stimmt einfach nicht. Das ist ein Mythos zu sagen, es gab keine Kriege seit 75 Jahren. Es gab einen Krieg. Vor genau 25 Jahren wurde die Bundesrepublik Jugoslawien bombardiert. Und jetzt haben wir auch einen Krieg in der Ukraine, auch in Europa, der vielleicht sogar vermeidbar gewesen wäre, wenn man nicht unbedingt hätte wollen, dass die Ukraine sich an die NATO annähert und damit die Neutralität aufgibt. Die Frage wäre eher, was wäre passiert, wenn wir die NATO nicht gehabt hätten in dieser gesamten Zeit? Hätten wir denn keine 70 Jahre Frieden gehabt? Also ich denke, diese Frage muss man sich auch stellen. Also deswegen muss man auch dankbar sein dafür, dass man die NATO hat. Und ich plädiere natürlich auch dafür, dass wir dringend eine europäische Armee brauchen. Das ist aktuell der größte Sicherheitsfaktor für Deutschland. Also solange es einen Warschauer Pakt gegeben hat, kann man vielleicht sagen, gab es eine Berechtigung, war das auch richtig. Aber den Warschauer Pakt gibt es nicht mehr. Und danach hat er auch das Problem angefangen. Nach Beendigung des Kalten Krieges hat es angefangen 1999 mit den Clintons, die gesagt haben, wir brauchen eine Osterweiterung der NATO. Vorher war das nicht der Fall. Und man hat ja auch versprochen, dass man nicht nach Osten erweitern möchte. Und dann erst hat es angefangen, später mit 2004 und später die größeren Beitritte der anderen Staaten. Vorher waren sie auch sicher. Ich höre ein entschiedenes Nein, Frau Heinisch. Es war natürlich nicht versprochen worden. Das ist ja nun oft genug widerlegt. Ich finde dieses Koloniale und diese Art und Weise, über die Leute und die anderen Länder zu sprechen, einfach indiskutabel. Die sind ganz freiwillig zur NATO gekommen. Das hat keiner sie gedrängt oder sonst etwas. Und aus gutem Grund, denn man kann natürlich die russische Aggression jetzt auch anders werten, wäre jetzt die Ukraine in der NATO gewesen, wäre das möglicherweise auch nicht gekommen. Also manches, was sie sagen, kann ich sogar unterschreiben. Also es stimmt natürlich, dass viele Deutsche auch bei der Beistandsverpflichtung sehr skeptisch sind. Aber ganz grundsätzlich ist es nicht so, was sie gesagt haben, dass es wirklich widerlegt, durch Fakten widerlegt, dass es eine Zusage gegeben hat, dass die NATO sich nicht nach Osten erweitert. Und übrigens auch Herr Putin war damit einverstanden. Ich möchte übrigens auch noch einen Punkt erwähnen. Es wird hier nie das Budapester Memorandum genannt. In diesem Budapester Memorandum haben nicht nur Russland und China, sondern ja auch Großbritannien, Frankreich und vor allen Dingen die USA die Sicherheit garantiert. Es musste also Herrn Putin vollkommen klar sein, dass diese Länder sich nicht vollkommen raushalten können. Das war von vornherein klar. Wenn man einen Stellvertreterkrieg sieht, kann man ja auch sagen, Putin, übrigens auch China, Iran, Nordkorea, das ist so eine nette Achse, die es sich gerne mit dem Westen anlegen möchten, weil der im Moment nicht gerade sehr stark ist. Aber ich wollte jetzt auch Herrn Li nicht davon... Herr Li, bitte, Sie waren lange Zeit Soldat. Wie sehen Sie das Thema NATO und Deutschland? Ich bin natürlich schon pro NATO eingestellt, auf jeden Fall. Der Urgedanke der NATO ist ja auch ein Verteidigungsbündnis. Und es gab früher lange diesen Spruch, wenn die NATO außerhalb ihres Territoriums agiert, also außerhalb des Verteidigens, dann ist sie obsolet. Da gab es zwar auf Englisch, ich wollte es mal gleich übersetzen. Also, Frau Dagelm hat in vielen Punkten recht und den Artikel 5, den gab es ja auch erst einmal nach 9-11 und danach ist viel passiert. Das stimmt schon, da bin ich auch Ihrer Meinung. Ich kenne auch persönlich Menschen, die in Afghanistan gefallen sind, auch gerade wir Deutschen haben uns ja schwer geteilt, überhaupt diesen Begriff gefallen zu nennen. Das gehört natürlich dazu. Und wir, also was heißt wir, also nach diesem Bündnisfall, wir wissen alle, Colin Powell hat das ja noch kurz vor seinem Tod auch gesagt, das war der schlimmste Fehler seines Lebens, damals bei der Invasion des Iraks, aufgrund von Lügen basiert. Und da ist viel passiert, Afghanistan genau das Gleiche. Nichts ist besser geworden, dadurch, das muss man sehen. Wir haben dadurch massive Probleme in der heutigen Zeit. Aber das kann man ja nicht alles der NATO anlasten. Natürlich hat Amerika seine eigenen Interessen. Und ich glaube, daher rührt auch diese Furcht von dem Artikel 5 oder dieses, dass die Mehrheit sagt, wir wollen das nicht dann eintreten für die Amerikaner, wenn die was machen. Aber grundsätzlich, die Idee der NATO ist eine richtig gute Idee. Einer für alle, alle für einen, das ist ja grundsätzlich richtig. Und das hat ja auch jahrelange funktioniert im Kalten Krieg. Die Frage ist, wunderbar funktioniert das. Klar, aber die Frage ist, sind wir überhaupt stark genug? Und wir sehen ja jetzt, dass die NATO auch viel zu schwach ist. Und gerade auch wir. Also ich habe Zahlen mitgebracht heute, brandaktuelle, von Menschen, die wirklich in der Bundeswehr noch tätig sind und Ahnung haben. Weil wir können uns gerade, das deutsche Heer kann sich maximal in einem Gefecht 12 bis 36 Stunden verteidigen. Dann ist die Munition alter. Wir bräuchten allein 20 Milliarden Euro, nur um das Heer mit Munition entsprechend aufzurüsten, um den NATO-Standard zu erfüllen. Das heißt also, all diejenigen, die jetzt gerade nach mehr Waffen und nach allem rufen, die noch vor kurzem als wirklich deutsche Soldaten noch in Afghanistan waren, ich spreche jetzt hier die SPD mal direkt an, die noch nicht mal bereit waren, Drohnen mit Waffen zu bestücken, die jetzt rumschreien alle. Also das ist so ein Ding, da müssen wir offen und ehrlich drüber sprechen. Das ist ein Riesenproblem, aber grundsätzlich die NATO infrage zu stellen, ohne mich. Ja, man muss ja auch dazu sagen, es waren vor allen Dingen diese Sicherheitsgarantien, die jetzt zum Beispiel Finnland und Schweden in die NATO getrieben hat. Also dieses Sicherheitsaspekt ist die größte Werbung. Naja, Finnland und Schweden waren lange Zeit bis 2024 keine Mitglieder der NATO. Das heißt, sie haben ja auch, also es war ja nicht unsicher und auch die baltischen Staaten, es gab auch die Sicherheit vorher. Ja, das ist es nicht. Natürlich haben wir eine andere Situation nach dem Angriff Russlands in der Ukraine. Aber nochmal, wir haben auch in der Vergangenheit Abrüstungsverträge gehabt, Rüstungskontrollen gehabt, auch mit der Sowjetunion. Was mit der Sowjetunion möglich war, kann auch möglich sein mit Russland. War es auch lange Zeit, nachdem aber die USA, besonders unter Trump, dann die Rüstungskontrollverträge alle gekündigt hat, fast alle, sagen wir es mal so, einseitig, ist es natürlich in eine Rutschbahn gegangen. Aber einen Punkt möchte ich gerne hier nochmal widersprechen, weil das ja auch so ein Mythos ist, eine Legendenbildung, weil behauptet wurde, es wurden keine Zusagen gemacht. Also ich bitte Sie wirklich, es gibt Videomaterial, wo der US-amerikanische Außenminister James Baker, der ehemalige deutsche Außenminister Genscher, oder es gibt auch Protokolle in den Archiven unter der Bundeskanzlerschaft von Helmut Kohl, dass es natürlich diese Zusagen gegeben hat. Sie meinen vielleicht, dass es keinen schriftlichen Vertrag gegeben hat. Nein, da drehen wir uns jetzt im Kreis. Es gibt ja Videomaterial, wo in einer Pressekonferenz der US-amerikanische Außenminister das selber sagt. Und wo sein Präsident das einfach zur Kenntnis zu nehmen. Nein, und das wurde auch lange Zeit auch so eine Politik betrieben, die genau diese Sicherheitsbedürfnisse Russlands auch berücksichtigt hat. NATO, Russland und Akte und davon ist Russland raus. Und das in dem Budapester Memorandum, was angesprochen wurde, ja. Voraussetzung dort ist aber auch die Neutralität. Und diese Neutralität wurde eben von der Ukraine aufgegeben. Aber lassen wir mal die Vergangenheit weg, sondern wie kommen wir denn in eine Situation, in der wir wieder Frieden haben in Europa. Und ich glaube, diese Dynamik der Eskalation, immer mehr Waffen, immer schwerere Waffen, immer mehr in den Krieg zu investieren, statt in die Diplomatie und den Frieden und eine Verhandlungslösung, wie es beispielsweise kurz nach Beginn des Krieges in Istanbul der Fall war. Nämlich im Gegenzug mit einer Neutralität der Ukraine sozusagen, dort den Rückzug der russischen Truppen zu vereinbaren, als das torpediert worden ist. Ich glaube, da müssen wir wieder hin. Und das ist auch eben der Schatz sozusagen für viele Länder, auch damals gewesen, der Status der Neutralität, der ihnen auch ein gewisses Maß an Souveränität gegeben hat, weil man diese Souveränität gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik natürlich aufgibt, wenn man in den Militärpakt NATO eintritt. Darf ich das zu zwei Punkte übrigens noch mal sagen? Ich bin vorhin, habe ich das mit der Bildung gesagt. Das ist nämlich kein juristisches Problem. Das juristische Problem war der Anfang. Es waren die Politiker, die entschieden haben, statt einfach mehr in die Bildung zu stecken. Das heißt, in diesem Fall, wo man gesagt hat, wir müssen bei den Noten dann alles gleich behandeln, dann müsste ich sonst behinderte Kinder mehr fördern. Das wäre teuer gewesen, das hat man nicht gemacht. Also macht man jetzt, dann bewerten wir nirgendwo. Das wäre nämlich genau ihr Weg gewesen, den ich begrüßen würde, dass wir alle mehr fördern, mehr Leistung hätten. Hat die Politik gesagt, das machen wir nicht, das ist uns zu teuer. Also investieren wir lieber in Gendern oder ich weiß nicht in was. Aber zu glauben, dass man, wenn man jetzt nicht in das Militär investiert, man in irgendeinen nebulösen Frieden investieren kann, halte ich für sehr schwierig. Denn wenn ich Verhandlungen führe, dann muss ich irgendetwas haben. Und ich habe auch mit Warlords schon tatsächlich Verhandlungen geführt. Dann muss ich irgendwas haben, Leverage. Ich muss irgendwas geben können. Und Neutralität mag ein sehr schönes Ziel sein. Die Ukraine war neutral. Sie wollte woanders hin, aber sie war zum Zeitpunkt des Krieges quasi neutral. Finnland übrigens und Schweden waren es ja auch. Jetzt möchte ich aber, wenn Sie sagen, die Zukunft. Es gibt Österreich und es gibt Schweiz, die sind neutral. Wenn Sie mal schauen, der Anteil an Bürgern, die dem Militär zur Verfügung stehen oder stehen müssen, ist in Deutschland bei 0,22 Prozent. In Österreich ist es bei 0,64, in der Schweiz bei 1,2 oder sonst etwas. Das bedeutet, wo haben wir denn hier jetzt noch so viel Sparpotenzial, dass wir jetzt das umswitchen könnten auf andere Dinge? Wo wäre denn der Vorteil, wenn wir jetzt neutral wären oder rausgehen würden? Was müssten wir nicht sogar noch mehr investieren? Sie haben ja in der Schweiz erwähnt. Also man muss nicht in einem Militärbündnis sein, um sicher zu leben. Nein, Sie haben sicher. Sie haben auch gesagt, man investiert ins Militär. Ich glaube, man investiert in die Profite der Rüstungsunternehmen. Das ist das Problem. Und ich bin ja auch bei Herrn Lee. Also ich bin ja nicht für die Abschaffung der Bundeswehr oder sowas. Ich bin schon dafür, dass wir verteidigungsfähig sind. Nein, nein, Moment mal, aber wir haben Milliarden, wurden hereingepumpt in die Bundeswehr. Milliarden für absurde Beschaffungssysteme. Absurd. Also wir machen jetzt hier Transporthubschrauber von den USA, kaufen wir völlig überteuert. Oder Kampfschutz, von dem man jetzt schon weiß, dass die nicht gut sind. Ja, das weiß man, völlig überteuert und dann gleichzeitig sich zu beschweren. Nein, aber Sie sagen ja, in das Militär und so weiter, also wir wollen uns ja verteidigungsfähig halten. Bitte um eine ganz kurze Antwort. Aber wenn Sie beim Herrn Lee sind, dann würden Sie ja auch bestätigen, wie es in etwa um unsere Bundeswehr aussieht, aktuell. Wie marode die ist. Aber das hat nichts damit zu tun, dass kein Geld dafür ausgegeben wird, sondern es versickert. Mich würde interessieren, wenn wir nicht in der NATO, ja, aber mich interessiert nur Ihr Konzept, wenn wir jetzt aus der NATO austreten würden, wie sähe das Sicherheitskonzept aus für Deutschland, um der akuten Bedrohungslage herzuwerden und wir trotzdem eine Sicherheit garantieren können. Was ist da das Konzept Ihrer Partei? Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur in Europa, eine, die nicht auf Abschreckung und Aufrüstung setzt, sondern auf Diplomatie und Entspannungspolitik zum Beispiel. Aber wie wären wir wehrfähig in kurzer Zeit? Es geht doch darum, dass man Sicherheit anders definiert und Sicherheit anders denkt. Sie sagen, wir müssen unbedingt wehrfähig sein. Ich sage Ihnen, mehr Militär ist nicht automatisch mehr Sicherheit. Sie schaffen auch Sicherheit, indem Sie Sicherheitsverträge, Abrüstungsverträge, Rüstungskontrolle begehen. Das sind die ganz wichtigen elementaren Dinge in der internationalen Sicherheitspolitik, um eine gegenseitige Sicherheit zu haben. Er sagt werfähig, der Verteidigungsminister sagt sogar kriegsfähig. Ja, kriegstüchtig, sagt er. Wer mehr darüber wissen möchte, das Buch ist so eben erschienen von Shevim Dadelen, die NATO, eine Abrechnung mit dem Wertebündnis. Die ganze Folge Stimmt, der Nachrichten-Talk, die bekommt ihr hier. Einfach draufklicken und solltet ihr es noch nicht getan haben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Nämlich hier, dort gibt es über 100 weitere Episoden.